I played it in a sense, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless. So können wir uns eigentlich auf ein recht knappes Match wahrscheinlich freuen. Schöner Ballwechsel. Sehr unorthodox die Spielweise von Arona. Aber er kriegt den Ball irgendwie doch trotzdem noch auf... Und der Punkt wieder an Arona. Rubici. Und gute Kombination. Und gute Kombination. Das ist ein Wettbewerb. Gewinnt gegen Erik Bortroff mit 3 zu 0. Und bringt damit Grünwertersbach mit 1 zu 0 in Führung. Das war's für heute. Das war's für heute. Fest im Spielstil. Ohne viel Rotation. Das kommt Ruben Filos hier nicht entgegen, aber der Ball ist natürlich hochgradig frech vom 32-Jährigen. Das war's für heute. Und diesen Match bei... Das war's für heute. 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 Das ist für heute. Das ist für heute. Das war's für heute. Und der war's für heute. Das 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 war's für heute. Ja. 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 Und eine wunderschöne Platzierung bei diesem Rückschlag. Untertitelung des ZDF, 2020